Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ach Gott, der kam gerade schon im Einkaufsvideo hier an, weil das habe ich gerade abgedreht und jetzt wollen wir das ja verpacken, aber wir werden erstmal mit dem wichtigsten anfangen. So, dann nehmen wir mal das Rosane. Meine Mama hat gesagt, hat gestern auch nochmal gefragt, aber wir schenken uns nichts. Nein, weil ich kriege ja auch nichts mehr, weil ich bin ja schon groß. Da muss man nicht aufpassen, wie man das hier auseinander macht, damit das nicht kaputt geht. So, das ist ziemlich schnell gemacht für Mama. Wir müssen hier erstmal noch einen Knoten reinmachen. So. Ich muss nämlich aufpassen, die Große hat momentan öfters mal einen Fall in der Schule, weil ein paar Lehrer krank sind. Ich habe ja auch gesagt, dass ich für Juna einpacken muss und so, weil sie kriegt ja nichts. Sie war ja böse und kriegt ein Stück Kohle. So, da kommt der Mops rein. So, das war schon Geschenk für Oma eingepackt. So, dann werden wir uns jetzt das für die Große vornehmen. Ich habe ja auch Kärtchen und so geholt, damit wir das richtig schön verpacken können. Scheiße. Aber ich habe vorgesagt. So, falls man beim Einpacken nämlich eine Adresse sehen sollte, sieht man jetzt keine, weil was drüber ist. Ich werde das wahrscheinlich dann doch so machen, dass ich bei dem Ständer das mit reinmachen werde. Aber ich habe Angst, dass irgendwie die Folie vom Ständer kaputt geht durchs Tragen oder rasch rumschütteln. Hier ist wie Kinder mit Geschenken umgehen. Wird erstmal rumgeschüttelt und sowas alles, dass dann hier irgendwo was kaputt geht. So, und zum Fake. Warte, warte mal. Ich habe mir das gegeben. Ich habe mir das gegeben. Ich, 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 ich. von Kick was. Muss nur so machen, dass man den Kick Schriftzug hier auch sehen kann. Dann denkt sie erstmal, oh, das ist was von Kick. So. So sieht sie dann erstmal nur Kick. Und was kleine von Amazon oben rauf liegt. So passt schon. So. Dann müssen wir hier erstmal jetzt provisorisch erstmal zumachen. Warum und weshalb mache ich das provisorisch erstmal zu. Damit das beim Einpacken, boah, scheiße, jetzt habe ich mich geschnitten. Das ist doch ein bisschen scharf die Scheiße, ey. Dass das beim Einpacken nicht auseinander geht. Das wäre sehr kontraproduktiv. Weil dann packt sich das bis dessen ein. So. Dann machen wir das erste hier schon mal so. Muss man ein bisschen hochstapeln, damit ich ein bisschen Freiheit habe. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt am besten machen. Scheiße, ich habe nur X-Mess. Das muss ich wegpacken. Das ist für die Kleine, für Geburtstagsgeschenk. Das soll ja unterschiedlich sein. Das soll ja nicht sein, dass alle die gleiche sind. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist nicht am meisten drauf. Zwei Meter mal 70. Hier ist gar keinen Schein drauf. Okay. Zwei Meter mal 70. Und hier auch. Zwei Meter mal 70. Nehmen wir das mit dem Weihnachtsmann zuerst. Und das heben wir uns auf für die Gitarre. Also ich richte euch gleich auf das Geschenk auf den Tisch. Habe ich ganz vergessen. Oh, das ist schön dick. Das ist gut. Ich könnte das hier eigentlich einfach mal so drum machen. Aber dann passt das von der Breite nicht. Ist ja scheiße. So ein bisschen besser. Also ich weiß nicht, was ich so behindert. Das ist gut. Und ich mich ähnlich. Ich mache es nicht. Muss ich wohl doch so machen. Das Papier ist wirklich dick, muss ich so machen. Scheiße, ist die Papprolle hier auseinander. So, dann müsste das eigentlich so hoch und so hoch, aber das passt dann immer noch nicht. Bis geht das da hin und das fasst da ran. Och Mensch ey, warum müssen die Dinger so groß sein? Das hat eine andere Idee. So. 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 Jetzt haben wir das nämlich so. Ich bereite mir mal ein bisschen Klebeband vor. Das nehme ich ein bisschen schneller. Das ist ein kleiner Trick von mir. Weil dann muss ich hier nicht jedes Klebebandstück einzeln abreißen. Und muss dann gerade vielleicht das Paket loslassen, obwohl ich es gerade so schön verpackt habe. So. Jetzt klebe ich mir so ein paar Sachen hier am Tisch fest. Dann können wir das nämlich so festkleben. So. 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 Jetzt ist mir das andere Papier abgesegelt. Egal. So. So. Hier hatte ich es ja schon gemacht. So. Jetzt machen wir das einfach mal hier so auf die Ecke. So ist falsch rum. Das habe ich nach außen. So. 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 Und das auch nach außen. Das auch nach außen. So. So. Jetzt ist das auch fest. Ich werde aber hier mal. Sicherheitshalber so ohne mal festkleben. Das ist mir ein bisschen zu locker. So. Ah Gott. Jetzt die andere Seite noch. So. Jetzt ist es in etwa gleich. Und schon ist mein Klebeband wieder alle. Umweltschutz bei Geschenkpaketen halt nicht so toll. Also die ganzen Friday for Future Kits die dürften gar keine Schenke mehr kriegen. Weil so viel Platz da drauf geht. Klebeband. Papier. Folie. Aber darauf wollen wir auch nicht verzichten. Die Erwachsenen sollen auf alles verzichten. Autofahren. Nicht so viel Strom nehmen. Wie gesagt. Muss ja alles. Muss ja überall Strom hin. Ohne Strom läuft ein Kühlschrank nicht. Ohne Strom läuft ein Herd nicht. Ohne Strom läuft halt nichts. Aber wir haben ja in Deutschland hier keine wichtigeren Probleme als Greta die auf dem Fußboden in der Bahn sitzt. Also ich weiß nicht. Ich denke mal da gibt es andere Sachen über die man sich einen Kopf machen sollte. Anstatt über Greta die in der Bahn offen... Ja halt. Ich sag lieber nichts dazu. Sonst rege ich mich wieder nur auf. Und aufregen ist nicht gut. Na komm, wieso willst denn du nicht? So. Haben wir? Haben wir. Ich brauche jetzt hier nur noch ein paar kleine Ecken. Um das hier oben zu kleben. Damit das mir gleich beim Einpacken nicht zu sehr auseinander geht. So. Und dann haben wir das nämlich jetzt schon fast eingepackt. Das können wir hier einfach außenrum wickeln. So. Wolltet ihr nur noch hier abschneiden. So. 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 Ich glaube ich muss dann doch nochmal Geschenkband holen. Ist jetzt doch ein bisschen knapp geworden. Ich habe jetzt gedacht das passt so. Aber das ist etwas knapp. So. So. Genauso ist es okay. Ich brauche bessere Klebebanden. So wie es aussieht. Das ist mit dem Detail von 12 bis Mittag. So. Das haben wir doch. Ich muss doch nochmal ein Band holen. Ich habe schon eine Rolle fast alle und gerade mal ein Paket eingepackt. Ich habe fünf Rollen. Und eine Rolle ist fast alle durch ein Paket. Das ist nur die Ecke weil es nicht passt. Ich habe nur die Ecken links rein. Was denn? Ich träg 17. Also falls euch jetzt gewundert hat was hier sinkt. Das ist meine volde Frau. Meine Freundin. Die Patrizio. Mit unserer Tochter. So. Das Band. Das Paketzeug ist echt gut. Richtig schön. Richtig schön hart und stark. Das ist nicht so. Wo haben wir denn das gekauft? Bei Aldi. Das haben wir bei Aldi gekauft. Dann müssen wir nochmal zu Aldi heute. Ich brauche ein bisschen haben sie noch. Ich mache das mal so. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. So. So. Haben wir schon mal eins. Ja. Ah Gott. Das habe ich meiner Frau ja auch noch nicht erzählt, was ich vorhabe. Was ich euch jetzt erzählt hatte. Ich will mir noch so ein Echo holen. Der kommt im Flur. Meine Frau ist nicht so begeistert von Alexa Produkten. Oder beziehungsweise nicht Alexa Produkten. Aber. Ja. Das ist alles Spionagesache. Also das Band ist nicht gut. Das hält. Das Klebeband hält nur von 12 bis Mittag. Und das ist das billige Klebeband. Richtig. Ja. Müssen wir mal gucken. Müssen wir nachher nochmal bei Connys Haushaltswarenladen hin. Oder es ist das geschenkliche, dass es nicht daran haftet. Ne. Das ist bei dem Karton auch gewesen. Dann haben wir noch irgendein Großes. So. Dann haben wir das. Mal. Oh. Je ne. Das ist nicht so. Okay. Dann haben wir noch einen Garten. Ich. 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 chr. Das ist der Gitarrenständer. Für Juna kriegt das schwarze mit den silbernen Sternen, weil das ist alles weihnachtlich und sie kriegt halt nichts weihnachtlich. Ein bisschen ist ja noch da, aber ich habe gedacht wegen Weihnachten, das ist Weihnachten und das ist für Juna, weil ihr ist das ja Geburtstagsgeschenk. Und da wollte ich nichts mit Weihnachtsmann. Das Weihnachten schenkt das oben, das ist übrigens ein Dreirad. Für Oma habe ich auch schon hier, da müssen wir nachher noch zur Oma. Die Weihnachtsbaumkugel. Das Möpschen. Sollte sie eigentlich zum Nikolaus kriegen, weil sie hat ja gesagt, wir schenken uns nicht zu Weihnachten. Goldene Band auf goldenem Paket. Sieht nicht gut aus, wa? Ich habe noch das kleine. Rot. Rot habe ich noch. Und ich muss wieder Neues kaufen. Das sind bald alle. Silber habe ich auch noch. Ich habe meine großen Scheren gesucht. Hier sind sie. Einen runterfallen. Und hier ist die nächste. Hier ist noch ein Schleifchen. Orange ist ja noch voll. Ich habe auch noch Weihnachtskarten von Furnia. Oder Geschenkanhänger. Oder Geschenkanhänger. Also. Ich glaube da muss ich heute noch mal einkaufen gehen. Ich habe gedacht ich habe noch mehr, aber es ist nicht mehr so viel. Wartet mal, ich muss mir erstmal was zu trinken holen. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe mir hier geholt Kongstrong den Grünen. Der schmeckt wie Monster, der normale Monster, aber nicht so süß. Aber hier vorne an der Kante beim Trinken muss man aufpassen, das ist manchmal ein bisschen scharf. Fiel an der Produktion oder so, keine Ahnung, nicht entgratet genau. So. 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 Das war's für heute. So. Nur eine rote Karte. Eine rote Karte ist jetzt gut. So. Das erste Karte ist fertig. So. 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 Pullover. Oder soll ich die Pullover einzeln machen? Hier haben wir die Pullover. Die sind hier drin. Das riecht noch. Hm? Das riecht auch nicht. Das muss ich für ein anderes Geschenk dann nehmen. So. Na, ich mache dann erstmal das für alle. Dann habe ich hier nicht so viel rumliegen, weißt du? Ja, ihr seht, da kaufen Amazon Kartons. Reicht das dafür? Das müsste doch reichen, oder? Und was machen wir hier rein? Machen wir diese komischen Teile hier rein. Mit dem 3D Stift oder dem 3D Stift einzeln? Das gehört doch zusammen, oder? Aber habe ich einzeln gekauft? Ne, ist egal. Ist egal. Dann kommt das da rein. So. Ja, ihr fragt euch auch warum ich jetzt hier hin und her packe. Ich mache das, weil das große Paket passt nicht mehr mit dem Paketband. Aber hier müsste es passen. Und deswegen nehme ich erst, mache ich jetzt dieses Paket fertig. Damit das Band alle ist. Also Paketpapier. Geschenkpapier. Ich bin nicht auf den Namen gekommen. Dass das alle ist, dann fliegt hier weniger rum und ist effizienter. Aber erstmal müssen wir hier wieder so ein bisschen drüber kleben. Damit das sich nicht einfach öffnet. Wenn wir das ein bisschen drehen und machen und tun. Und hier habe ich jetzt praktisch den 3D Stift drin und zweimal die Farben. Einmal das 16er Paket oder 18er und einmal das 16 plus 4 Paket und einmal das 16er Paket. Und in den anderen großen Kartons, da kommen die Sachen rein. Die Klamotten. Mal gucken, sieht aber auch doof aus. Dann habe ich nur 1, 2, 3 Pakete für sie. Ne 4. Mal gucken, dass wir das einzeln machen. Damit kann man das auch schöner verpacken. Nicht das euch wundert. Ich mache das jetzt hier erstmal wieder ringsherum. Weil sonst bin ich dann wieder mittendrin und im Notstand. So, jetzt sollte es reichen. Scheiße. Dann drehe ich das Paket. Passt auch nicht. Ja doch, mit drücken passt das vielleicht ein bisschen. Mach das hochkalt. Was? So? Ja, versuche ich mal. Wenn es ihm nicht gepasst hat, damit es so auch nicht passt, dann fällt auch wieder so viel. Die Klamotten. Ja. Okay. руг das paket quasi mit den geraden seiten zu den ecken von geschenkpapier so ist doch so das geht so ja auf die idee wäre gerne gekommen was war das so so Was ist das? So, dass es ein bisschen gerade ist, du bist lustig. Wisst ihr wie schwer das hier ist, das Band ist so hartnäckig. Ich muss das so machen, sonst komme ich hier oben an die Ecke nicht hin. Ich muss das leider so machen, weil sonst ist hier oben halt frei. Hier oben, wenn ich das einschneide, dann kommt das trotzdem nur bis hier. Dann habe ich hier das frei. So wie du das gerade oben hattest. Machen wir mal hoch das hier. Okay, das fällt. So. Ja, und jetzt? Das ist mit der anderen Seite genau so. Mit der offenen Seite. Der hier? Einschneiden. Einschneiden? Einschneiden. Warte, ich krieg das hin, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Ich krieg das hin, ich mach einfach so. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ja, stimmt. Du bist ja Frau, Christi, für dich ist das viel leichter. Die ist nicht angeboren, die zu verpacken. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich bin fertig. So, jetzt bin ich fertig. Ich bin fertig. Was ist das hier? Ja, ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Das ist das. Ich bin fertig. Ich mache das jetzt einfach ganz einfach. Zack, eingeschnitten. Guck mal, geht. Guck mal, geht. Guck mal, geht. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal, aber selten. Guck mal. 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 Ach so, wir machen Bescherung hier unten, stimmt. Ja, dann gehe ich runter mit den Kindern und du machst dann das alles. Das bauen wir vorher auf, jetzt in den nächsten Tagen, am Morgen oder so, wenn du aus dem Nagelstudio kommst oder davor am besten. Ja, wo stelle ich es hier hin? In meinen Kleiderschrank. Ja, dann hol ich es mir am besten erst dann runter kurz vor Weihnachten. Dann hol ich es am Samstag, baut zusammen, stellt es von Samstag zu Sonntag, äh Quatsch, ne Sonntag machen wir das. Dann stelle ich es dir mal. Am Sonntag machst du den Kartoffelsalat? Ja, und die Buletten. Ja, dann muss ich es am Samstag machen. Ich muss mal schnell das hier hoch machen, so, dass ich hier noch ein bisschen Klebewand verteilen kann. Ja, wenn es so weiter geht, ist die erste Rolle, gesagt, alle hier, ey. So, und die müssen wir dann aber hochbringen, das darf Josy nicht sehen. Ich habe die Geschenke von ihr. Ich habe ihr gesagt, sie kriegt ein Stück Kohle, weil sie unartig war. Die glaubt das. Die weiß, dass sie was kriegt, meinst du? Ja. Woher soll sie das nicht wissen? Ja, und dann kriegt er ein Stück Kohle. Ich habe als Kind auch schon immer eine Rute gekriegt und ein Stück Kohle. Kann das nicht sein? Ein paar Stunden später schon. Aber erstmal was, ein Stück Kohle und eine Rute. Ja, mein Bruder und ich haben halt ein bisschen Scheiße gebaut. Mein Bruder und ich haben ein bisschen Scheiße gebaut. Da hat Mutter und Vater nicht wohl gedacht, das bringt was. Hat es aber nicht. Wir sind Jungs, wir haben die gleiche Scheiße wieder gebaut. Jungs lernen aus ihren Fehlern nicht. Das ist genetisch. Wir sind noch nicht mehr so lange. Jetzt nur noch das bisschen und von hier unten die zwei Sachen, drei Sachen und das für Juna halt. Die wird gleich wieder wach. Ja, deswegen mache ich jetzt erstmal hauptsächlich die Sachen. Ja, das ist schon mal. 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 Manchmal hat man sie sichern. Die ist schon lange. Hier sind die Sachen. Jetzt sind ganz viele Sachen. Ja, da geht. Die sind nur noch nicht mehr. Da geht's nicht mehr. Ich bin eigentlich nicht mehr. Ich bin ich Pourquoi? Ich bin eigentlich kein toll. Sollte Was? Silber. Silber? Ich wollte jetzt auch Rot nehmen. Nein. Silber. Okay, machen wir Silber. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, machen wir die Seiten halt nicht. Das müsste trotzdem reichen. Also, ich habe noch einen, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 20. So, jetzt haben wir es. So schnell kann man sich so eine Schleife fast selber basteln. So, und dann nehmen wir ein goldenes Schild, als wenn sie darauf guckt, wie sie es am schnellsten aufreißen kann. Ich bin ja froh, wenn sie es halbwegs wahrnimmt, dass es überhaupt verpackt ist. Mit schönem Papier und nicht nur Zeitungen drumherum. Hört sich aber noch nicht richtig wach an. Hallo, 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 guck mal rein, hier ist Chaos, hier ist Chaos. Ja, der Tisch steht voll, der Tisch steht voll halt. So, jetzt haben wir drei fertig. Jetzt machen wir noch die Switch. Und jetzt machen wir die Switch. Nix macht der Papa. Jetzt kann ich auch laut sein. Nein, war ich nicht. Ich habe mich extra bemüht leise zu sein. Deswegen ist er nicht aufgewacht wegen meinen Geräuschen. Gerade das hat sie beruhigt, dass Trubel ist. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich muss auch gleich den Akku wechseln. Der ist hoch gleich. Ich habe jetzt noch ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sachen, die verpackt werden müssen. Ja, die mache ich jetzt zusammen. Hier unten sind drei, vier. Ich habe nicht gedacht, wie lange du noch drauf hast. Du hast gesagt, nur noch drei, vier Sachen. Die wichtigen sind jetzt noch ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sachen, die hier oben sind. Die sind jetzt, dass die Große das nicht sieht. Für die Kleine, die kann ich ja später dann noch verpacken. Ich kann mich mit dem Kleveteil schon nicht schnitten, Schatz. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Dann kriegst du nicht mit, was hier Phase ist. So, warte mal. Ich mache das jetzt einfach. Ich habe gerade eine Idee gehabt. Ich habe zu meiner Tochter gesagt, sie soll daran denken, dass es für sich ist. Ich denke, bei uns kommt ein Christkind. Ja, auch. Beides. Beides kommt bei uns. Okay. Dann erzählen wir das mal, dass ich mich nicht wieder verquatsche. Also vorher kam bei uns immer der Weihnachtsmann. Und da meine Frau katholisch ist, wie der überwiegende Teil in Polen, kommt bei uns halt nicht mehr der Weihnachtsmann. Meine Große weiß ja schon Bescheid. Bei uns kommt das Christkind ab sofort. Ich zeige euch auch gleich, was das auf sich hat, warum ich das da weggepackt habe. Hoppala. Ich bin nur schnell. Feuer. Das ist echt sehr storendes Paketpapier. Aber das ist sehr gut. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man bei Aldi für den Preis so eine gute Qualität kriegt. So. So. Und fertig. So. So. Und fertig. Ob wir jetzt noch ein kleines haben. Das hier zum Beispiel. So. So. Dann kann ich es doch abmachen. So. Ich habe gedacht, ich habe noch etwas kleines Schmales, aber leider nicht. So. 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 Wie vermutet. Es passt nicht ganz. So, aber wir haben einmal schon mal fast fertig. Es ist nur noch das Stück, was offen ist. Nochmal Hothead. Nochmal. Merima postet schon News im Telegram-Kanal, den kann ich euch übrigens auch empfehlen, meinen Telegram-Kanal. Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Ziemlich weit unten, wo meine Kontaktdaten sind. Da postet die Merima ziemlich schnell immer News. Ich poste auch ab und zu mal. Muss aber gestehen, Merima ist da viel, viel schneller und ich komme meistens nicht dazu. Weil wenn wir gerade unterwegs sind oder so und ich sehe was, dann kann ich das gerade unterwegs ja sowieso nicht wirklich lesen. Dann muss ich warten, bis ich irgendwo anhalte. Und wenn ich das dann posten will, da kann es auch mal sein, dass sie Doppelpost sind. Aber die lösch ich dann eigentlich immer ziemlich schnell. Also gleich, wenn ich sehe, dass ich doppelt gepostet habe. Also ich gebe mir da jedenfalls Mühe. So, dann haben wir noch eins. Die machen wir ohne alle. Gucken wir mal, dann machen wir den dort drin. Der wäre jetzt halt am wichtigsten, dass sie den nicht sind. Ach, ich lasse ihn gleich mal mit Folie links herum. Dann mache ich hier gleich zwei Sachen mit einmal drin. Das wäre jetzt einmal. Dann hätten wir hier. Könnte knapp werden, könnte man vielleicht schaffen. Müsste man mal gucken. Ein Stück vor, bis hier. So, dann einmal so. Einmal so. Das müsste passen. Das müsste super passen. Ach, hier habe ich aus Versehen zwei genommen. Das habe ich ganz vergessen. War da jetzt die Switch in dem letzten drin. Naja, hier ist die Switch drin. Das ist der große Karton mit den Klamotten. Gut. Da muss ich ja dann Familie oder für Papa hochschreiben. Nicht, dass ihr denkt, wenn ich da ihren Namen hochschreibe, noch eine Konsole für ihr Zimmer. Aber das ist ja eine Familienkonsole. Aber das ist ja eine Familienkonsole. Da, ich habe das mit dem Klamotten. Ich habe das mit dem Klamotten. So. Wenn ich das klamotten, wenn es ihr in die Klamotten hat, das ist ja wirklich. Aber das ist das sind alles veruregte. Ich habe das direkt Klamotten von Klamotten. Ich bin war es klamotten. Das war's für heute. Das war jetzt ein bisschen doof rausgeschnitten, aber egal. Später fällt der gar nicht mehr auf. Komisch, Akku fast leer und der blinkt noch nicht mal auf. Wenn er nur 40-sicheren Strich hat, schon immer auf wie doll und verrückt. So, machen wir das, dass hier die Switch damit ist für Papa. Schreibt beim Papa oder Familie. Gucken. Hier haben wir auch noch etwas kleines. Das ist ja für mich, der muss ja nicht fünfmal rum sein. Für Papa reicht das schlicht. Wo habe ich denn jetzt? Ich will, was will ich denn haben? Ich weiß, was ich nehme. Ich nehme den Pinguin. So geil, die sind richtig einzeln verpackt und so ganz einfach rausnehmen. Da sind sehr schwer drin. Das ist ja schon drum hier, cool. Achso, ich muss mal Papa reinschreiben. Meine Tochter ist noch nicht doof, die kennt meine Schrift. Ach, jetzt habe ich einen Strich durch, durch den Akku. Das kann sein, dass ihr gleich weg seid, bevor ich den Knoten gemacht habe. Das trifft sich aber auch ganz gut. Ich muss nämlich kacken. So, dann werden wir das aber auch nochmal mit einem kleinen Klebeband fixieren, dass die Bändchen hier nicht irgendwo rumflattert. Na nicht Bändchen, aber die Geschenkkarte. So, weiter geht's. Es kann sein, mir hat die Kamera gerade angezeigt, Videofehler. Irgendwie wird verarbeitet, wird repariert. Ich hoffe, dass es alles hingehauen hat. Den macht er sowieso nach 10 Minuten immer einen Schnitt. Es kann aber sein, dass ein Video jetzt nicht funktioniert hat, wo ich die Switch hier für mich verpackt habe, beziehungsweise Familienkonsole. Und vielleicht eins von den anderen weiß ich jetzt nicht. Müsste ich gucken in der Bearbeitung. Wollte ich nur mal darauf hinweisen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass da irgendwie ein krasser Schnitt drin ist oder irgendwie. Weil ich musste den Akku wechseln, habe ausgemacht und musste aufs Klo. Habe ausgemacht die Kamera, also die Aufnahme und habe gewartet, bis die gesagt hat, ist aus. Und dann habe ich erst den Akku gewechselt, aber jetzt irgendwie Fehler. Ich habe aber noch was vergessen. So, jetzt habe ich es aber. Puh, ja. Gucken wir mal. Passt das vielleicht noch da rein? Passt so nicht. So, und so passt es. Ah, dafür geht es. So. Dann habe ich hier noch eins. Das ist jetzt das Fahrradlicht. So. Das ist jetzt nicht ganz gerade geworden. Schade, 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 schade. So. Dann nehmen wir auch wieder zwei zusammen. Dann müssen wir auch mal einzeln machen. So. So. Ich mache jetzt aber hier sicherheitshalber auch noch das Klebeband hier rum. Damit das hält. So. So. Der Seite sieht stabil aus, aber ich würde sicherheitshalber doch noch eins hier machen. Und hier auch. So, dann haben wir jetzt mal drei Pakete hier voran machen. Und da brauchen wir jetzt hier Band. Band, 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 Band. Wo sind jetzt hier die Schilder? Haben wir nur die Schilder? Dann müssen wir die Schilder jetzt nehmen. Die habe ich ja schon eins ausgepackt. So, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei. Wollen wir die Kleenschere? Ja, mit der Kleenschere macht sich das dann halt wesentlich besser. So, zack. Ach, Marc schreibt gerade. Wir wollen ja heute amt streamen. Für nächstes Jahr muss ich mir dann auf jeden Fall wieder neue. Band holen. So, für Josie. So, ich muss das hier irgendwie durchfremeln. So, haben wir. Ja. Ich muss mal gucken, was sagt in die Uhr eigentlich. Zwölf noch was. Ja, haben wir noch Zeit. Wir haben noch zwei Stunden Zeit. Ich liege sehr, sehr gut in der Zeit. So, ich liege richtig gut in der Zeit. Ich bin begeistert. So, dann einmal, zweimal ein Elch und zweimal ein Schneemann. So, ich hab jetzt gar nichts. Ich hab jetzt gar nichts. Geburtstag, Lichet. Einmal, zweimal, dreimal, 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 viermal, fünfmal. Na, komm her, ja. So, sechsmal. So, dann machen wir das einmal so. So. Ach, scheiße, hab ich falsch gemacht. So, lass mal gucken. Das ist die Unterseite. Das ist die Oberseite. Dann machen wir das. So. 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 So, genau. So, haben wir. Haben wir. Haben wir. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hatte, dass ich noch Gold, Gold habe und Blau. so, aber nein, da hätte ich mal vorher gucken müssen. So. 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 Und entweder mach ich zum Gitarren verpacken ein extra Video oder ich hänge das hier hinten ran. Ich habe noch, ehrlich gesagt, keine Ahnung wie ich es mache. Mal gucken, wie das überhaupt alles versteckt. Ich muss da teilweise etwas hoch zu meiner Frau bringen. Also Freundin, verheiratet sind wir nicht, ist auch nicht in Planung. So, dann haben wir wieder was. Jetzt geht das langsam alle hier. Also ich denke mal für das... Und dann hätte ich hier noch ein bisschen mehr für oben rum. Könnte noch knapp werden, aber ich denke mal nicht, dass ich... Dann hätte ich noch genug von dem Schleifenband überhabe für die Gitarre. Dann muss ich gucken, wie ich das mache. Das ist ein sehr, sehr großes Paket. Das kriegt ihr auch nicht gleich. Das werde ich nämlich extra verstecken. Ich werde jetzt erstmal das alles auspacken lassen. Und dann würde ich sagen, ich habe hier einen Gitarrenständer und so. Das ist für die Gitarre von der Schule. Aber da passt das mit dem Zeug nicht. Das ist aber kurios. Ein bisschen auf der Folter spannen. Ich glaube, sie ahnt auch was. Irgendwas frisst der Kater schon wieder. Ich habe nur Dusseligkeiten am Kopf. So. Nächster fertig. Dann müssen wir wieder was einpacken. Dann nehme ich jetzt aber das schwarze. Jetzt kommt nämlich die kleine dran. So. Ist das ein Chaos hier ey. Achso, ich muss noch. Habe ich hier noch? Ich habe hier noch eins. Ich muss jetzt erstmal noch ein bisschen vorbereiten hier. So viel ist es ja nicht mehr. Es sind noch zwei Sachen. Ne, drei Sachen. Die Bluetooth Box. Die Tente. So. Und auch wieder so viel Platz weg. So, mal gucken wir mal, die besten hier, vielleicht... So ist es vielleicht am sinnvollsten, wenn wir das so machen. So. 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 So ein bisschen kommt es nach und nach. Ja. Wir haben beim Einkaufen jetzt zwischendurch mal so einen riesen Teddy gekauft. So. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das packt sich echt scheiße ein, wenn die eine Seite anders ist als die andere. Weil hier ist es ein bisschen schmal, hier ist es hoch. Oh, fuck. Und hier nehme ich jetzt aber das robuste Band. Was nicht ausreicht, scheiße. Nehmen wir... Nehmen wir... Nehmen wir... Aber reicht das noch? Eins... Zwei... Ja, das reicht auch nicht. Das könnte man einmal so... Oh scheiße... Muss ich halt Gold nehmen. Aber Schwarz und Gold, denke ich mal, passt auch ganz gut. Nehmen wir nämlich hier das. So... Einmal oben... Einmal unten... Einmal hier... Einmal eine breite Seite... Zweite mal eine breite Seite... Vierte mal eine breite Seite... Fünf... So... 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 Dann muss ich die Rückseite nehmen, weil die eigentliche Hauptseite jetzt unten ist. Das sieht kacke aus. Das machen wir schräg und hier auch schräg. Dann nehmen wir jetzt einen Schneemann. Das passt zwar nicht zum Geburtstag, aber ich habe leider nichts anderes. Ich habe mein Herz noch mit drin gemacht, dass ich weiß, dass das Geburtstagsgeschenk ist. Hoppala. Oh, scheiße. Na ja, geht. Dann haben wir das. Und dann haben wir es jetzt auch fast geschafft. Noch zwei. Achso. Ganz vergessen. Meine Frau hat gesagt, das soll da noch ran. Das hat meine Frau gekauft. So eine große rosa Schleife. Oh, jetzt kotzt er wieder. Mit Happy Birthday. Mit Happy Birthday. Was denn? Was hast du denn schon wieder gegessen? Scheiße. Ich muss gucken, dass ich das hier irgendwie abkriege. So. So. Einmal haben wir das. Happy Birthday kommt dann hier oben drauf. Hätte ich mir das Band sparen können mit dem Schneemann, aber egal. Das ist so. Kleber vorbereiten. Moment. So. Ja, nimmt auf Gott. War die Post? T-Shirt und Pullover von meiner Tochter ist jetzt eigentlich da. Ein T-Shirt ist ja schon da. Und jetzt kamen halt nochmal zwei T-Shirts und ein Pullover, was sie sich bestellt hat. Ihre Mutter hat ihr Gutscheine für Amazon, weil sie sich das gewünscht hat. Ist auch eine ganz gute Entscheidung finde ich. Da kann sie sich selber was aussuchen und die Mutter hat es nicht so mit dem Internet. Und deswegen haben wir das dann halt zusammen gemacht. Also meine Große und ich. Da haben wir zum Aussuchen fünf Stunden haben wir gebraucht, bis sie das hatte, was sie wollte und vom Preis an das hat. Weil da meistens ja Versandkosten immer noch mit zu kamen. Und heute hat sie auch wieder Treffen mit ihrer Mutter. Da passt das ganz gut. Da kann sie ihr das geben. Dann kann die Mutter das verpacken und dann kriegt sie das dann. So. Jetzt haben wir Klebeband vorbereitet. Jetzt eine Karte haben wir noch. Hier ist auch noch eine Karte. Haben wir denn auch noch ein Band dafür? Ne, haben wir natürlich nicht. Scheiße. Müssen wir gucken. Kriegen wir anders hin. So. Mal gucken, dass hier auch alle passt. Ja passt, passt, wackelt, hat Luft. Können wir hier einmal durchschneiden. Jetzt haben wir das so gemacht. Was ist das hier eigentlich hoch machen? Mal gucken, wie wir das jetzt hier hoch machen. Das könnte klappen. Könnte klappen. So, was hier brauche ich jetzt. So. So ist die Jungs gut. So. Dann klären wir den Eimer auf. dem Teil fest. Dadurch ist es schön straff. Können wir dann hier auch noch mal festkleben. Und noch eins. Das passt richtig toll. Das war's für mich. So, einmal. Zweimal. So, eins verpackt. So, dann machen wir das so. 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 Und wie gesagt, dann fährt nur noch die Gitarre. Und da muss ich dann definitiv nochmal Papier holen. So, dann kriege ich eins immer hin und das andere nicht. Weil die Seite sieht jetzt toll aus. Ich habe immer eine tolle Seite und eine Seite, die nicht so toll ist. Das ist aber auch jedes Mal so. So, zack. Und da haben wir es. So, dann müssen wir mal gucken, was haben wir denn noch an Band. Wir haben noch das. Das könnte dafür gehen. Und das könnte dafür gehen. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das hier für. Und schreiben da rein. Für. Für. Jersey. So. Diesmal zuerst einen Knoten drin. Das macht sich so definitiv einfacher. So. Ausatmen. Aha. Wird doch ein bisschen knapp bei dem hier. Scheiße. Dann habe ich mich doch ein wenig verrechnet. Ja doch, fast, fast. So, jetzt haben wir noch eins. Da fangen wir hier oben an. Ich habe komischerweise kein rotes Band mehr. Da war bei der Packung halt eins zu wenig drin. So, jetzt haben wir noch eine Karte. Ich habe noch eine Karte. So, jetzt habe ich noch eine Karte. So, jetzt habe ich noch eine Karte. Das war's für heute. Für meine Frau hat es nicht geklappt mit dem Geschenken, leider, weil da war mein Geld alle, meine Gutscheine alle. So, weg kann ich gleich. So, wir sind jetzt fertig. Wir haben kein Klebeband mehr am Tisch. Wir haben zwei Pakete, ja hier ein Streifen ist noch, fast drei Pakete. Ja doch, drei. Drei haben wir eigentlich auch gebraucht von Papier und haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Pakete verpackt. Das Elfte kommt noch. Eins ist hier oben. Das hier oben ist halt das Geburtstagsgeschenk für meine Tochter, weil die hat am 23. also so ein Geburtstagsgeschenk mit bei. Dafür kann ich euch das Weihnachtsgeschenken nicht zeigen, weil das das große Dreirad ist. Und dann haben wir für den Papa, beziehungsweise für die Familie, die Familienkonsole und für die Josie, also für die Große, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neunte ist im Keller. Also ich denke mal, das sollte reichen. Unterm Baum wird es. Denke ich mal gut voll. Süßigkeiten kommen ja ohne dazu. Ja, dann sind wir soweit fertig. Dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wie gesagt, die Gitarre weiß ich nicht, ob ich da ein extra Video mache, wie ich das verpacke und die morgen hochhole und extra Video mache oder hier hinten mit ranhefte. Habe ich noch keine Ahnung. Ich denke mal, das wird ein extra Video, weil die ziemlich groß ist und ich muss auf jeden Fall noch mal ein Band holen, obwohl ich habe noch zwei. Wenn ich das, wenn ich das doppelt nehme, also einmal untenrum um die Gitarre, dann obenrum und dann in der Mitte noch mal rum müsste das klappen. Müsste ich damit rein theoretisch hinkommen. Rein theoretisch aber auch nur. Oder ich mache es einmal so rum, aber ich glaube, pack das Band nicht. Weil es sind ja zwei Meter. Nur. Was sind es? Zwei Meter mal 70 Zentimeter. Wird knapp. Wird sehr knapp, weil die Gitarre ist ja alleine schon so breit. Ja, dass man eben mal abrollt so lang, wird knapp. Wird sehr knapp. Mal gucken. Wenn nicht, gucke ich, ob ich das gleiche noch mal kriegen kann. Wenn nicht, wo liegt noch was längere. Wir sind ja heute noch mal unterwegs. Das sind alle denn hinhaut. Müllen wir gucken. Wie gesagt, Däumchen werden, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich werde euch auch alle Sachen noch mal sicherheitshalber unten drunter verlinken, falls ihr da was gesehen habt, was für euch auch interessant ist. Meine Frau wird meiner Tochter auch was vom Fischerpreis zum Geburtstag schenken. Die kriegt so einen Marienchenkäfer. Den packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Den packt sie gerade oben ein. Ja, und diese Dreirad packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Das habe ich euch aber auch schon beim Black Friday gezeigt und so. Das haben wir jetzt zusammengelegt. Also zusammengelegt, meine Frau und ich. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir fertig. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, nicht vergessen, wir sehen uns in einem von dem nächsten Videos oder Streams wieder. Ich bin dann jetzt mal weg. Bis zum nächsten Mal. Wartet mal. Ich mach mal lieber so. Sieht ein bisschen freundlicher aus. Ein bisschen schlanker. Ich verabschiede mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. 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 Odin.